Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht's um Kinds of Kindness. Der neue Film von Yorgos Lanthimos, ähnlicher Cast wie Poor Sings. Was der jetzt aber hier am Ende kann, das erfahrt ihr jetzt. Lass gleich schon mal ein Abo oder aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Guten Tag, Robert. Steh da nicht rum. Setz dich. Und du hast noch mehr abgenommen, glaube ich? Dünne Männer sind das bei weitem lächerlichste auf der Welt. Wir hatten das Thema doch schon. Du musst ein paar Pfund zulegen, das hab ich dir letztes Mal gesagt. Aber das hab ich. Das hast du ganz sicher nicht. Du bist sogar noch dünner. Wir müssen uns deinen wöchentlichen Ernährungsplan nochmal ansehen. Storytechnisch haben wir hier in über zweieinhalb Stunden drei Filme, die alle komplett anders irgendwie sind, aber dieselben Schauspieler hier mit drin haben, die jedes Mal eine andere Rolle spielen. Und davon geht's auf der einen Seite um eine Abhängigkeit vom Boss, auf der anderen Seite geht's darum, sozusagen den Messias einer Sekte zu finden. Aber wir haben auch so eine Art Beziehungsdrama mit drin. Das ist alles sehr komisch, nicht wirklich alles greifbar und ultra langsam und abgedreht. Man hätte diese ganzen drei Dinger locker in einer Stunde weniger mindestens erzählen können. Dann wäre es etwas dynamischer gewesen, weil von diesen drei Handlungsteilen fand ich den dritten noch halbwegs interessant. Die anderen beiden hätte ich vollkommen drauf verzichten können. Und das liegt auch nur daran, dass im dritten Teil das mit dem Auto, was man aus dem Trailer kennt, alles ein bisschen mehr Drive reinkriegt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wirklich mit Musik wird hier fast nie gearbeitet. Das ist super selten. Die Trailer versprechen einfach sehr viel Abwechslung, aber dieser Film ist ultra langsam und erzählt keine spannenden Figuren. Und es ist einfach teilweise nur abgedreht und die Entwicklung der Figuren passiert einfach nicht. Und es ist einfach nur ein oftmals sehr, sehr belangloses Vor-sich-hin-Gucken. Und ich glaube, ich war nicht der Einzige im Kino, der sich sehr hart gelangweilt hat an ganz vielen Stellen. Deswegen storytechnisch. Das mag abgedreht sein, aber in Poor Things hat das noch klasse gehabt. Hier ist das einfach nur langweilig. Dementsprechend ein von fünf Punkten für die Geschichte. Schauspielerisch reißt der Film es ein bisschen raus, denn wir haben einen sehr coolen Cast. Angefangen natürlich mit Jesse Plymonds. Der ist gut, der ist überzeugend, genauso wie Emma Stone. William Dafoe ist auch wieder mal sehr strange und abgedreht mit dabei. Insgesamt in diesen drei Schauspielern, die machen hier einen guten Job, die funktionieren gut zusammen. Das ist das einzig Gute an dem Film hier. Vier von fünf Punkten fürs Schauspiel. Weiter geht's zur Technik. Wir haben bei Poor Things ja noch richtig große, tolle Sets gehabt. Fantasievolle Welten und CGI, das richtig gut aussah. Und hier haben wir eigentlich was, wo sie einfach nur die Kamera drauf gehalten haben und nichts großartig besonders gemacht haben. Dieser Film ist teilweise ultra langsam. Vom Schnitt manchmal ganz nett, aber nur ganz selten. Er ist mal ein bisschen blutig. Ja, das mag sein. Das sind vielleicht, wenn man zusammenseht, drei, vier Szenen. Und das war's dann. Am Ende ist dieser Film nicht abgedreht, nichts Besonderes. Der ist einfach nur langweilig, auch vom Szenenbild und von der Kamera her. Drei von fünf Punkten. Macht nichts schlecht, aber auch nichts gut. Dementsprechend komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Kinds of Kindness ist ein Film, der einfach nicht gut geworden ist. Der hat so viele Probleme erzählerisch mit mehr Drive, mit einem etwas vor allem extremeren Drehbuch im Sinne von, dass es dann auch mal wirklich strange wird. Das schafft er hier nicht. Der ist einfach nur mäßig und plätschert so vor sich hin und kriegt es einfach nicht dazu, den Zuschauer zu einem Zeitpunkt irgendwie, sei es zum Lachen zu bringen oder ihn auch, weil er sich auch viel zu ernst nimmt. Also da ist fast kein Humor drin. Poe Sings war ja noch ein bisschen ironisch an einigen Stellen und hatte Humor. Das fällt hier komplett weg. Und auf der anderen Seite plätschert der vor sich hin, macht nichts Besonderes. Und dementsprechend kann ich ihn einfach leider nicht empfehlen. Dementsprechend ein von fünf Punkten, keine Empfehlung fürs Kino. Und der wird von den Trailern her sehr, sehr gut beworben. Aber das kann der Film leider in keinster Weise einhalten. Dementsprechend am Ende dann auch nur neun von zwanzig Punkten. Kein guter Film geworden. Gutes Schauspiel, tolle Schauspieler, keine Frage. Aber der Rest ist einfach nichts Besonderes und nichts gut. Dementsprechend, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch, da schreibt mir doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, immer schön weiter zocken. Ciao! Auf!